Ja, äh, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4 Multiplayer Modus, das hab ich voll vergessen, äh, welcher aufnehme, dass ich es, äh, wollte. Der Ball hat ja schon. Das ist richtig, wow, war das ein Claymore? Nein, wow. Ähm, ne, bei, bei nicht Claymore bleib ich, äh, oh shit. Bei kein, äh, kleinen, warte, oh mein Gott, ich kann nicht reden. Bei keinem Claymore bleib ich stehen, aber bei Claymore renne ich rüber. Jetzt sind die natürlich da. Fuck, du Wichser, Junge, ich krieg dich noch. Na, da, siehste. Und du reanimierst mich jetzt, weil du ein geiler Dude bist. Dankeschön, ich mag dich sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir nochmal Nachwärm gesteuertet, pass auf. Ne. Es wär witzig. Wenn das passieren würde. Ich glaub, ich geh nen saferen Weg. Ah, Gegner. Was heißt, ich spawnen hier. Nachladen, nachladen, nachladen. Wo ist er? Er ist unten. Da sind sie alle. Fuck. Das war dumm. Das war dumm. Aber die hatten ja wieder Bewegungsmelder, ey. Bewegungsmelder sind einfach Cancer. Dann ist egal, wie gut du bist, du wirst sterben. Ganz ehrlich. Wenn die diesen Vorteil haben, dass du auf deinem Map gesichtet wirst, dann war es das mit dir. Dann war es das mit dir. Und dann hat er gerade den und einen Sieg. Okay. Da oben ist auf jeden Fall einer. Ah, ich seh ihn, ich seh ihn. Oh shit. Na fuck, dieser Hochschlag. Fünf. Fünf. Oh mein Gott, komm, killt ihn. Aber, ja, nice. Und jetzt regnern wir mich. Dann bist du der Beste. Nein, du ballerst. Okay, ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Du musst ihn killen. Was anderes wär auch nicht so schlau. Aber ich wär so kn... Das war so knapp, ich hätte die alle fast bekommen, weil ich wär mit hochgerannt, ne? Das wär so geil gewesen. Oh nein, da, 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 ja. Aber mein Controller sagt, not today, not today. Das sind alle... Okay, ich weiß, ich kenn meinen Weg. Ich kenn meinen Weg. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Ganz ehrlich. Und ich spawn auch schon super gut dafür. Und den Weg auch schnellstmöglich zu bewältigen. Dann geht's jetzt mal los. Wahrscheinlich ist da oben auch einer. Und der zielt ja nur so... Der zielt da hin. Pass auf. Ich hör ganz viele Schritte. Okay. Ich crouch, damit der Bewegungsmaier Michael... Erkennen kann Das ist ein Klee Nice 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 Das ist sehr gut Aber es ist Camping Ich weiß, das ist mir sowas von egal Und wenn ich damit jemanden kennen kann Ist es kein Camping Ja, nur damit ihr es wisst Okay, es ist Camping gewesen Aber was soll man sonst machen, ne Wenn die Gegner so gut sind Oh shit, jetzt habe ich geschossen Jetzt habe ich geschossen Jetzt bin ich am Arsch Komm, du stirbst noch Guter Boy Oh, sieht er mich? Ne, da haben wir ihn nicht gesehen Jetzt kann ich wieder eine Claimor auf uns warten Aber Es sieht nicht danach aus Und jetzt habe ich hier freie Band Von hinten zu kommen Falls jemand auf uns wartet Ja, wartet ein Oh Wow Sehr knapp Danke, danke Ey, letzter Schuss, ey 17,3 Das ist sehr gut Das ist eher gesagt Sehr nice Aber sehr nice und sehr gut ist ja Das gleiche, ne Oh shit Fuck Ein Schuss Dann hätte ich 18,3 Äh, ja Mann Knapp, knapper, äh Personenschüsse Ich brauche eine bessere Zweitwaffe Aber ich weiß auch noch gar nicht, wie gut die Zweitwaffe ist Vielleicht ist sie im Vergleich, im direkten Vergleich von Na, von Wo war er sogar besser Wer weiß das, ne Wahrscheinlich ich Ich hab keinen Bock Ich weiß nicht, welche Labe Auf jeden Fall sind da oben wieder die Gegner Ich hab grad Schaden bekommen Ich weiß nicht, wodurch Der ist hinten Nur weil der rennt, Junge Rennt doch nicht, Digga Die gucken alle auf die Map Glaub mir das So Jetzt geht's so Jetzt geht's halt so So, hier mal Laserpointer anmachen Und Jumping Und dann mal rennen Und da ist ein Gegner Das war der eine Fuck, ich hab ihn gehört, aber ich muss ihn killen Nice Jetzt, jetzt geht's doch Jetzt geht's doch, Jungs und Mädels 1,24 Da gönne ich mir ein Bier Hat sich jetzt auf die Schnelle gereimt Ja, meine Reime gehen nur über Bier Und dabei trinke ich es nicht mal Peinlich, oder? Nein, ein Schadenspunkt hätte Hm, egal Hauptsache erst down und wir gewinnen Nach drei Runden Nach drei Runden Gewinne ich einmal Also Zum jetzigen Stand Wahrscheinlich verliere ich jetzt wieder, weil Hochmut Kommt, der macht Ne, eine Haltung Da haue ich erstmal ab Und jetzt komme ich wieder Weil der denkt, ich werde jetzt noch da Obwohl ich das ja nicht tue Der lebt, ne? Ne Der lebt nicht Ja, wir verfolgen ihn Und ja, wir haben ihn Ja, wir haben ihn auch Sehr geil Okay Nice Komm, Chinese Lassen wir hier nach Komm von hier Da ist er Oh shit Haben wir auch Perfekt Jetzt geht es auch mal hier raus Fuck man Shit, shit Aber 28,5 Das, das gönne ich mir Nice Beziehungsweise 28,6 Jetzt kommt hier der Die Ernüchterung 6,12 18,24 Eine 4er KD Ja Kann man mal machen Ne Oh man, oh man Damit hätte ich nicht gerechnet Aber Hier Level 38 Na endlich Ein Silber Battlepack Ich hab noch ein Goldenes Hab ich noch gar nicht geöffnet Und noch ein Dinges Oh ja, gut Vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein Leute Bis zur nächsten Folge von Battlefield 4 Multiplayer Modus Bis dahin 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 3, 5, 6, 7, 9, 10